Die weichen so gut aus, das ist... Oh, fuck. Total krank. Oh, fuck. Ich spring jetzt auch mal ein bisschen in der Gegend rum, hä? Oh man, nein! No! Das werden hin und her, das ist unglaublich. Ich geh jetzt auf jeden Fall immer auf die A, das ist viel sinnvoller. Hä? Was zum... Zieh dich! So, beide tot. Jedes Mal mit der Flag kennen und beide tot. So, wir dominieren jetzt aber schnell. Verpiss dich, verpiss dich, aber nicht nach oben. Oh, kacke. Au. Jetzt hab ich doch noch eine draufgekriegt. Nein! Sag mal, was ist los mit mir? Wieso bin ich so schlecht? Das ist unglaublich. Ja, ich probier's ja. Aber ein guter Tipp. So, verzieh dich. Wir dominieren. Hä? Jetzt, wir haben... Toll. Nix da. Hier gibt's aber nicht mal Power-Ups, so du bist hier voll... Wenn du hier verteidigen willst, dann bist du hier voll auf dich allein gestellt. Fuck. Fuck. Flaggaffe. Wenn ich das richtig gehört hab. Oh nein. Ah, fuck. Nein, doch. Oh Gott. Aua. Jetzt aber mal ein bisschen aufpassen hier. Das auf viele... Gut gemacht. Nein! Oh Gott, bin ich schlecht. Das ist ja echt heftig, wie schlecht ich gerade spiele. Ich glaube, wenn die einen Punkt kriegen, dann hab ich sozusagen schon verloren. Hörst du auch auf mich zu? Ach so. Wenn die einen Punkt kriegen, dann hab ich sehr große Probleme, denn ich glaube fast, dass es noch auf Zeit gehen wird hier. Ey, wie dumm... Fuck! Verpiss dich! Nein! Waffe. Nein! Oh! Das ist krank. Bezieh. Hä? Wieso bin ich denn so schlecht? Bezieh dich. Das ist unser Punkt. Oh, kacke! Aua. Vielleicht sollte ich mal auf eine andere Waffe wechseln, so zur Abwechslung. Wir dominieren. Nein! Doch nicht. Und die dominieren schon wieder. Nein! Das ist so heftig. Was ist los mit dem Level? Warum ist das so schwer? Wir dominieren wieder. Karagis hier. Das ist gut. Verpiss dich. Nein! 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 Ich heul gleich. Krank. Es ist so ein Hin und Her hier. Das ist schrecklich. Und wieso bin ich so miserabel? Nichts da. So. Kacke. Schon wieder. Leck mich doch. Und wieso treffe ich den nicht? Seht mal, wie schlecht ich spiele. Boah, Alter. Okay, ich gehe mal mit der Linken drauf los. Ich treffe ja hier genauso schlecht. Ich habe einfach zu lange nicht gespielt. Weil ich einfach einen Monat oder so nicht gespielt habe, weil ich nicht hier war. Weil ich im Urlaub war, sozusagen. Habe ich aber schon in den letzten Desplays allen gesagt. So, eine erledigt. Toll. Sie ist aber tot. Voll aus der Übung. Ich hoffe, ich komme jetzt wieder rein. Aber dazu ausgeregt, so ein schweres Level zu wählen. So, nix da. Beide tot. Wir dominieren. Nicht mehr. Ich frag mich, wer alles zur B und wer alles zur A geht in unserem Team. Also Karak ist immer hier unten. Oder zumindest die meiste... Ach, fickte Scheiße. Aua. Oh, Mann. Oh, Mann. Okay, Wes. Baraktov ist auch auf Punkt B. Wow. Dann gehen unsere zwei Negris also zu Punkt... Äh, nein. Ach so. Hä? Karak ist doch hier. Der ist doch gar nicht bei der B. Fuck. Also, die Negris gehen, soweit ich weiß, hoch. Und ich denke, Baraktov geht auch hoch. Karak ist immer hier unten. Nix da. Hä? Oh! Ich hab den Gegner nicht gesehen. Kaum, jetzt wäre sie tot gewesen, wenn sie keinen verfickten Schild hätte. Och, Mann. Das ist doch recht krank. Dann können sie auch noch aus drei Richtungen kommen, die Gegner. Muss ja in alle Richtungen gleichzeitig gucken. So. Ich geh jetzt hier mit zwei Sword Rifles. Schieße ich einfach in alle Richtungen. Da. Wow. Ich bin direkt in die Rakete reingerannt. Heilige Scheiße. Bin ich miserabel? Ich will die Waffe da. Hab ich hier eigentlich... Nein, ich hab keinen Transfercater. So. Zusammen uns mal mit der Waffe. Na toll. Oh. War gar nicht so schlecht. Oh. Gut. Bleiben wir halt mal auf Rocket Launch schon noch ne Weile. Bis wir sterben. Was nicht mehr lange dauern wird. Oh. Aua. Die haben weit aufs besseres Timing als unser Team irgendwie. Nix da. Oh. Das Level ist grässlich. Ich glaube es war schon immer grässlich. Aber jetzt ist es noch grässlicher. Wenn ich dieses Level verliere, dann springe ich gleich weiter auf Capture the Flag, weil... Wir dominieren. Okay. Hä? Ah. B. B wurde... Ah. Was für ein Chaos. Wieso treffe ich das Zweif nicht? Oh. Fuck.